Palmenstadt, na schön. Dann einmal durch die Palmenstadt. Auf der Seite. Das sah aber jetzt nicht so gesund aus. Ja, ja, ne? Alter, bin durch irgendwas abgefahren, äh, 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 ähm, ähm. Alles in Ordnung. Ich bin fast abgehoben, ich bin auf irgendwas raufgefahren und ich bin abgehoben, Alter. Immer schön vorsichtig fahren. Sehr überraschend. Ach, war das Skyfire-Server vielleicht? Ne, ne, der hat ja geantwortet, dass es sein Server ist. Alex, ich hab ja geschrieben, dass sein Server dauert, und dann hat er geschrieben, oh ja, das schon wieder, sagt er. Ja, du meinst zwar sein Server? Ja, ja. BAMS-Server? Hm, ich denke ja. Ja, kann auch sein, okay. Ja, würde ich zumindest den Ping erklären. Das ist die letzte Runde. Ich fahr mit einer leicht anderen Fuff-Einstellung. Andere Wasser-Einstellung? Fuff. Nochmal was? Fuff. Ach, Field of View, Fuff, ja, 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 ich hätt's erst nicht kapiert. Das heißt, alles sieht anders aus. Ein wenig, ne, glaube ja. Oh man, ich merk's sowas irgendwie immer nicht. Ja, weil, die Version, die, ähm, ich habe hier von dem Server, vom Disco-Server, der hat 106,2,000, also ne, was hat er? Genau, 106.2,6.0, sollte man das sein sollen. Also, ich hatte mal irgendwann mal auf 100 probiert, war 100 fand ich sehr realistisch eigentlich. So, ich nix wissen. Ja, das Original ist irgendwo bei 70 oder 80, das ist eigentlich sehr schlimm. Oh man, das ist aber hier drauf, ey. Oh man, ich habe wirklich rum. Ich schenke dir mal den Sieg, okay? Das ist sehr freundlich. Ja, was so doll hätten wir jetzt auch nicht schenken müssen. Ziele setzen, okay. Kurios, dass hier, ähm, ähm, die Todeszone von Gamepad, also immer, immer resetet ist, ne, egal was du machst, du musst immer. Was sagst du, wie gesagt, beim Neustart ist sie wieder default, oder was? Egal, wie, immer, ja. Immer default. Immer null. Wollte mal aufpassen. Und die ist im Spiel eingestellt, oder in einem Controller-Tool eingestellt, oder irgendwo? Ne, ich meine das Spiel. Das Spiel macht es immer null, egal ob du was gespeitert hast, oder nicht. Äh, bei mir merkt sich das, wenn ich einmal... Du musst halt eben beim Profil auf Speichern gehen. Ja, das tue ich immer, das tue ich immer. Ich nicht, warum? Ich will es ja nicht geändert haben, immer. Aber du musst halt auf jeden Fall Profil aktualisieren, oder wie das heißt. Heißt nicht speichern. Ne, ich kann nur speichern, wenn ich ein Spiel spiele, und wo am Ende gespeichert wird. Nein, nein, du kannst im Menü bei Profil aktualisieren, ist das Wort für speichern. Äh, warum nicht? Was weiß ich? Darum muss ich ja erst ein Spiel spielen. Wenn der Knopf ausgegraut, oder explodiert, wenn man draufklickt, oder was geht daran nicht? Er macht ja, er speichert. Äh, der Knopf funktioniert ganz locker, aber er übernimmt es aber nicht. Erst wenn ich das Spiel, irgendein Spiel beende, mit Singleplayer, oder was auch immer, wo er irgendwo speichern will, dann geht das. Okay. Joa, ich weiß. Skyfire ist ja nicht dabei. Uh, ein LM. Wer hat denn den LM? Okay. Oh, 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 oh. Alter, ihr crasht, ich hab da schon ein LM vollbeirutschen sehen, aber ich bin leider auch ziemlich schlecht reingekommen, aber am besten wieder auszukommen. Ja, viel, Joe. Oh, ich komm sehr schlecht, oh, ich krieg zu tief. Oh, ich krieg zu tief. Uiuiui, fast den Eingang verpasst. Ach, und schon sind es alle wieder hinter einem. Oh, ich krieg zu tief. Oh, ich kriege, actually. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, Tisch hat mich nur fast 400 gegostet. Also billig im Vergleich zum Lenkrad. Äh, ja. Oh Mann. Halbenstatt Rückwärts. Das ist, ähm... Aber ihr seid noch nicht fertig mit Laden, oder was? Frag ich jetzt nur. Ach. Nein, nein. Ich hatte ja schon gesagt, welche Strecke es ist und so weiter. Ich habe ja auch. Ja, Pbäck. Be пуhe ich jetzt nicht. Hauptfunk. Untertitelung des ZDF, 2020 Mal sehen, vielleicht gewinnt Bam jetzt, weil es ist rückwärts gespiegelt, das kann er nicht und er fängt Lenkrad, das kann er auch nicht, das könnte sich ja aufheben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, noch jemand? Aber BEM scheint immer noch große Lenkeradschwährigkeit zu haben. Sehr beruhigend. Rennen gewonnen. Hä? Joes? Hm? Ist PCG vielleicht Asuka? Was? Nein. Naja, irgendjemand hat sie heute Josephine genannt. Ja, offenbar, so hab ich das verstanden, äh, ist der richtige Name Joe oder irgendwie sowas und dann halt eben als Variante Josephine. Aber, äh, dann hat er aber Asuka genannt, bitte meinen, meinen fiktiven Namen benutzen. Nö, nö, nur gesagt, dass er auch unter dem fiktiven Namen hier sogar eher dann bekannt ist. Äh, verwirrend. Aber PCG ist, glaube ich, den gibt's, den gab's, glaube ich, früher schon, ich bin mir nur nicht so richtig sicher. Und außerdem haben sich doch, äh, PCG, Jose, Hoche, wie spricht man das, ähm, Untersuch unterhalten im Discord. Also es sind ja zwei verschiedenen Discord-Accounts, mindestens mal, die miteinander geredet haben. behalten. Genau. Das wäre dann die notwendige Annahme. Aber Wischof kommt mir auch, ich gebe keinen Vorholzname. und. Komm schon mal. Ey, das ist der Skyfire, der hier mitfährt, ne? Nicht schlecht. Äh, Baum. Ich war eine Palme. Ey, das ist der Schwede. Okay, drei Resets bis hierhin. Mal gucken, wie es weitergeht. Das ist abkürzend, ey. Kann doch nicht wahr sein heute hier. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Die haben ja alle die privat geübt, oder was? Ganz im Gegensatz zu dir. Ja. Ja, wenn man die in der ersten Runde ungeschickt platziert. Ja da. Ja. 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 Das ist kein Glück. Muss nur richtig Glück haben. Die kenn ich noch nicht, die Abkürzung, also wie das Glück da funktioniert. Guck mal, wer da antuckert. Antuckert? Ach so. Ja. 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 Und ja. Ja. Ja, das teil kennen die auch. Ne.. Ja, klingt Teddy wie ein deutsches Wort für dich? Ja, wir sind kleine Fischtiere. Ja, ja. Das heißt aber nicht, dass es ein deutsches Wort ist. Oh, das ist was immer das für eine Sprache ist. Eher sowas Spanisches oder sowas, aber keine Ahnung. Wer kann schon Spanisch und Portugiesisch auseinanderhalten? Ich nicht. Ich glaube, das ist verdeutscht. Ja, eingedeutscht, eingedeutscht, klar, ja. Das wird hier genauso benutzt, ja. Verenglischt. Was? Nein. Doch. Nein. Dann google doch mal. Ja, nicht jetzt. Ich hätte auch duschen sollen. Das stört der Mitfahrer überhaupt nicht. Sind wir schon wieder auf Palmen? Alter. Palmen City Only Day. Ja, Moment mal. Dritte Mal Palmen. Moment mal. Ja, aber Backward Chat, Backward Mirrored. Ja, dieses Random Gedöns. Jetzt ist er Spanier. Ach, der kann sich nicht aussuchen, ne? Ist das Spanisch? Ich weiß es immer nicht. Was gibt es denn noch sonst für eine Weltsprache? Ja, portugiesisch, portugiesisch. Ist es chinesisch? Nein, portugiesisch. Okay, meinetwegen portugiesisch. Und die beiden sind sich irgendwie so... Ich kann keine von den beiden. Und darum sehen sie sich ähnlich aus. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Wenn es jetzt Amis sind, die können doch schon irgendwie Spanisch, weißt du? Weiß ich nicht. Ja, weil Spanisch ist in der Nähe. Jedenfalls Mexikanisch. Reden da Spanisch oder Portugiesisch? Ähm... Ich weiß es nicht. Was redet denn in Mexiko? Es gibt beide Sprachen in Südamerika. Die eine Hälfte redet Spanisch, die andere redet Portugiesisch. Wie verstehen die sich denn? Ja, gar nicht. In Englisch wahrscheinlich. Redet doch hier in Englisch. Ja, ich meine, die beiden werden ja wissen, ob Spanisch oder Portugiesisch ist. Ja, portugiesisch. Ja, und Fragen bringt nichts, weil ich hätte es das nächste Mal schon wieder vergessen. Uh, einer hat eine Farbe ausgewählt. Wer ist das? Noch gar nicht hingeguckt. Soul. Sehr schön, sehr schön. Ich kann dich einfach so verwirren. Naja, nur wenn die halt auch den Skin installiert haben. Ich bin mal außen angefahren, so halb. Halb. Also halb außen heißt genau, um den Eingang crashen. War er erst in der Mitte und dann war ich außen. Ah. Kyll ab. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die letzte Runde Oh, ihr habt von der falschen Seite angefahren, die Kurve hier Ja, irgendwie gibt es da mehrere Arten Ja, ich fahre sie gerne innen rein, also Richtung der Kurve Obwohl man jetzt nicht denken würde, ja außen ist gut Ja, ist eher eine Frage, wo man wie springt Ja, ich fahre so meistens eher außen Es gibt auch welche, die fahren die ganz außen auf dem Matsch an, auf dem Rauen Weil du da manchmal gar nicht springst Ja, das ist ein Sucher Interessant, hallo Ja, ich fahre so Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe das Trashen versucht und ohne Reset. Ganz gut geklappt jetzt. Muss ja nicht immer schief gehen. Muss ja nicht immer schief gehen. Ja, wenn da nachher so wenigstens eine andere Strecke ist, ey. Naja, jetzt kommt es nochmal. Das war jetzt das erste Mal rückwärts. Es kommt zumindest noch ein zweites Mal rückwärts. Was ist dran? Hä? Achso, mit. Wenn du in Discord meintest, egal, irgendwas mit dem, dass es runtergeflogen ist. Dämon weiß, dass alles ist okay. Was? Was? Oh, sieben Leute. Mach, mach Screenshot, okay? Ey, ja. Auch, also. Mach's einfach mal. Ja, so kann ich aus dem Video nachher rausmachen. Aber sieben Leute, die fahren, wäre viel interessanter. Kriegen wir jetzt hin. Ich hab echt so geschrieben, also acht Plätze frei immer. Kommute Race, glaub, irgendwann später. Wart man, so 37 oder 1730? Muss man erwähnt haben. Ja, vielleicht werden sie gar nicht gekommen. Ja, ob jetzt wirklich alle mitfahren? Würde es ja gerne sehen, aber dafür musste ich von hinten starten. Ja, die schreiben. Keine Wunder, warum nicht? Ja, kein Bock mehr auf Halm City. Was machen wir da? Neustart? Es ist ja das letzte Mal, es sei denn der Winde macht danach das wieder. Es ist ja das letzte Mal, es ist ja das letzte Mal, es ist ja das letzte Mal. Es ist ja das letzte Mal, es ist ja das letzte Mal. Es ist ja das letzte Mal, es ist ja das letzte Mal. Es ist ja das letzte Mal. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum? Ja, hätte klappen können Körbe 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ohne witzig, ich habe hier sowas von Sicherheitsgas wegnehmen genommen. Kannst du dir nicht ausdenken. Also aggressiv fahre ich eigentlich auch nicht, aber trotzdem schon zweimal resetten müssen. Einmal mit dieser blöden Abkürzung abgeflogen, also immer gesprungen, das kann halt passieren. Einmal am Start, das war dann überhaupt schon gar nicht mehr. Wenn man in den Datenbanken, ist die Strecke da wirklich nur einmal vorhanden oder so? Wie meinst du Datenbanken? Naja, wegen Spiegel-Rückkurs-Hastung gesehen oder so existiert sie mehrmals. Nö, soweit ich weiß, einmal. Aber es gibt kein Tool, was Strecken editieren könnte. So gesehen, ja, kann halt keiner so wirklich reingucken, ne? Heißt du, wer ist hinter mir? Erzähl mal. Äh, Joes? Joes, ja, wie auch immer man das spricht. Äh, nein, jetzt ist er nicht mehr hinter dir. Okay. Und jetzt ist er, ich meine dring. Untertitelung des ZDF, 2020 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 könnte ich machen das ist das ist eine medium strecke medium ja immer so ist es das heißt eigentlich lm das weiß keiner low medium engine so Das ist aber gar nicht wieder gespiegelt, oder? Ähm, ich glaub nicht. Fühlt es sich so an? Naja, ich fühl mich so an. Doch, ist gespiegelt. Durchgleich gespiegelt. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Derpentine können immer die, ey. So kotzen, ey. Ja, aber die war richtig scheiße diesmal. Also, wenn du diesmal verloren hast, dann warst du, ja. Die zweite und dritte Kurve war so richtig scheiße. Oh, und das Ziel war auch scheiße. Und das heißt, ich hab irgendwie Terpentine verstanden. Wahrscheinlich hab ich doch Terpentine gesagt. Das ist ein super Klebstoff. Nein, nein, das ist es nicht. Das ist ein Verdünner. Lass mich doch mal in Träumen, ey. Terpentine ist so, ich weiß nicht, so ein Benzinzeug. Achso. Oh, womit tanke ich? Ja, mit irgendeinem anderen Benzin. Wir können die schon alle auseinanderhalten. Ich weiß auch, kein Mensch steht im Unterschied zwischen Terpentine und Nitro. Also, alles irgendwie so ein Benzinzeug. Keine Ahnung. Jetzt haben wir irgendwer anders verloren. Jetzt ist Josie wieder da, aber irgendwer anders ist weg. Nee, nee, Bäm ist noch nicht da. Nein, nein, ich meinte ja, vom Server sind nur sechs Leute. Gar, es war Josie weg, deswegen waren wir sechs statt sieben. Jetzt ist Josie wieder da, irgendwer anders ist weg. Wer fehlt denn? Skyfire fehlt. Du hast das Rennen gewonnen. Ich habe auch immer ein Hin und Her. Ha, guck. Ja, Gesamtzeit zählt. Nein. Alles unter vier, unter fünfhundertstel zählt nicht. Äh, ja. Ha, Loser. Naja. Ja, die fünfhundertstel war ich nur, ich zwischendurch husten musste. Der rückte Abprall vom Husten gegen den Wind, das war halt irgendwann der Unterschied. Anders ist das nicht zu erklären. Ja, und die beiden Scheißkurven am Ende und das Stadtziel war auch scheiße. Was wollte ich? Mercedes. Gute Wahl. Das ist ein Tunnel, ob ich hier jemals wieder rauskomme. Äh, wieso nicht? Der Tunnel, der Tunnel hier oder was? Hm? Einfach rechts lenken. Ja, das ist nicht einfach. Passt doch noch alles. Ich frag mich grad, was das war. Die Wand wird mir. Ich weiß ja, alles hier. Wonderful. Weißt du, dass du sie irgendwo wieder幫 sappierst. Hast du weiß was? Ach tak? Musik Malpreschen! Musik Malpreschen! Musik Mein Christ. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Guten Abend. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.